Ich wünsche euch mal wieder Spaß auf GVMP mit Shabanabi Gangbang, ja, gönnt euch Shabanabi Gangbang, ich küsse eure Augen, viel Spaß beim Zuschauen, viel Spaß. Ich wünsche euch mal wieder Spaß beim Zuschauen. Ja, der hier, der hat mich mal genervt gehabt, komm mal hierher, halt an Junge, mach mich nicht voll. Du hältst jetzt an, hab ich gesagt. Also, ich sag dir noch mal, ja, vor der Pello, noch ein letztes Mal. Verpiss dich, rüber, mal rein slow. Befotze. Verpiss dich. Okay, ey, das war nicht so gemeint, warte, Bruder. Ey. Ist der Motor an? Ich, ich, ich werd wach, ich werd wach, ich werd wach. Ist der Motor an? Wir werden kreuz und quer fahren. Jungs, ich stell' euch jetzt alle, ich stell' euch jetzt alle, ich stell' euch jetzt alle. ruck nach einerże. Ich stelle euch alle auf die Straße in einer Linie, From that they 시간이 nicht vorbeikaten. Ehhh. Fischer kann gleichwasser. Bruder, ist der Motor an. Rez, ja, natürlich ist er an, ich hab' doch Schlüssel dazu, man. Sag' das doch, Digge. Okay Let the show beginn, Alter Was geht denn, Alter? Wo fahrt ihr hin? Oh, das fragt uns jetzt nicht Wir werden jetzt kreuz und quer fahren Ihr werdet uns auch nicht helfen können Hahaha Ja, Mann Genau, wo wir haben das Die werden uns nicht kriegen, Huck Oh, mein Gott Oh, mein Gott Was hast du mit ihm gemacht? Hahaha Jungs, wir hängen hier Autos ohne Ende ab, Alter Mein Neff ist der beste Fahrer Ja, Mann Komm, komm, komm Die werden uns niemals einholen können Erzählt bitte überall in der Stadt das Gerücht Das Schabern der Mächtige Der große Parasit, vor dem man sich fürchtet Die LCN niedergestreckt hat Alle Okay, wir fahren direkt live von Vader Ja, bitte Jalas Bei denen war das so Bei denen im Funk war das so Ey, Jungs Er hat ein Lambo Okay Wir brauchen zehn gleich schnelle Autos Die nicht annähernd so schnell sind wie seins Könnten sie vielleicht den Dauerfunk verlassen Okay, sie kommen, sie kommen, sie kommen Kurz ein bisschen Gas geben Ja, Mann Kann sie, äh, Autobahn auffahren? Guck mal, vor uns, vor uns, guck mal Wie ist der Autos, hat der noch hinter euch? Drei gerade Ey, Digga Du hast den Jüngsten nicht einen Schritt, sondern drei Schritte voraus Aber da komm Bis die auf dein Tempo sind, Hakan Ja, müssen die noch ganz, ganz viel Milch trinken Ich bin geklärt, Alter Was ist los, Alter? Zubig, brat, zubig Du bist so dreist, Hakan Er fährt noch eiskalt bei dir Oh mein Gott, du bist dreist, Hakan Machen's halt hier, Männer Ah, Hakan Nein Hinter dir Hakan 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 Fick dich, du Fotze! Was, Kneitler? Kommt her! Papapapam! 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 Ich rate euch alle weg, ihr Fotzen! Tag, Tag, Tag! In your face, seid there! Wuhuuu! Gambo, fickt euch gegenseitig, ihr Fotzen! Kommt alle landen! Kommt alle landen! Allein ist geist in Hermana! Oh, Alter, du hast mich gekillt, du hast mich gekillt, Bruder! Wuhuuu! 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 Gib Gas, jetzt zum Pidi! So, Hakan, jetzt zum Pidi! Du hast dich umgebracht, ja, ich bin ehrlich! GELIN LAN! GELIN LAN! GELIN LAN! GELIN LAN! Der liegt! Ah! Herzlichen Glückwunsch, Herr Mugambar-Gumor! Hiermit stehen Sie auf der Blacklist der Lacosa-Nassel-Bunter für das Respektlosigkeit gegenüber der Famiga. Ihre Auszahlsumme beträgt 50.000, diese können Sie beim Rangrum bezahlen. Sollten Sie sie es mehr von 24 Stunden nicht tun, sind Sie für uns vorgetragen, haben Sie das verstanden? Alles klar, Arne wieder. Hahahaha! 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 Zeig doch einfach aus! Guck mal, wir wollen doch wirklich nur mit dir reden jetzt! Shaban, hör mir zu! Du weißt, dass das alles keinen Sinn hat, ja? Du überlegst dir wirklich gut! Denk bitte nochmal drüber nach über deine Sachen, Shaban! Weil zündeten Augen! Es geht sonst Tag und Nacht, so hast du mich verstanden? Shaban, ich wünsch dir schönen Abend! Äh, dankeschön Sonny, ich komm auf dich auf jeden Fall zurück! Alles klar! Äh, melde mich gleich, ähm... Hakan, irgendwie hab ich das Gefühl, dass wir alle diese ganzen Problematiken dafür müßen werden! Hahahaha! Ich mein das vollkommen ernst! Der Junge wird uns auseinander nehmen! Warte, ich frag mich auf wen die gerade schießen! Wir haben damit nichts zu tun! Soll ich auf provokant eine SMS schreiben? Na dann warte, warte, wir müssen erstmal sichern gehen! Wenn die gerade ja! Auf...hundertprozentig die! Oh, guck mal! Das ist Sonny! Das ist Sonny! Hahahaha! Fahrzeuge gefunden, wir wollen weiterfahren! Alle einmal weiterfahren! Hahahaha! Weiterfahren! Hahahaha! Oh mein Gott, der Arme, das wollte ich nicht! Wallah, das wollte ich doch nicht! Die ganzen Leute sind... Ich fick dich, Hakan, ja! Wallah, du hast die Jungs alle gefickt mit einem Move, Digga! Du bist doch behindert, man! Ey, der arme Junge, Alter! Jaseklan! Ey, da sind locker sechs, sieben Langwaffen weg! Locker insgesamt 300 Hafteinheiten! Skarweinheiten! Musik